Thunder Gaming N, der heißt Chris DeBlend Moin Max Richard Ah ok Aber den wollte ich euch zeigen hier Der Typ hat 93 Antritt 99 Sprintgeschwindigkeit Und jetzt 43 Beweglichkeit Und 42 Balance Ist doch der Hammer oder? Ich würde ihn gerne mal spielen Hier ist Rodriguez MAKING UP GROUND Hier ist Rodriguez Hits in early Hier ist Rodriguez Wow Es ist ein Bord, nicht zu Hause, nein But you're dreaming in the dark But you're nothing more than us You search for your stars NANI Search for your stars But you're reaching for the stars Morug Bis zum nächsten Mal!